Willkommen bei Bending und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Peters Haus für euch und auf geht's. Ah, schön. Steve. Phone rings. Schön. Hallo, das ist Steve von Able Movers. Wie kann ich dir helfen? Peter. Hi Steve. Das ist Peter. Es ist ja schon fast schizophren. I need help with moving some boxes tonight. Sure, we can definitely help you with that. Can you give me a bit more information about the job? Yeah, I have a few boxes that I need to move on my new house. I'll be out tonight, so the door will be unlocked. Natürlich. Okay, I came overnight and take care of it. Can you give me an address? Sure, my address is Hasenichese Main Street. Great. Great. I take care of everything. Is there anything else you need from us? No, that's all. Thank you so much, Steve. You're welcome, Peter. Have a good night. Alter, Peter grinst ja schon echt psychopathisch. You too. Thanks again. Well, time to move some boxes. Okay. Alles klar. Okay, let's go. This is a place that must go to the living room. But is that the living room? Is that the living room? Is that the living room? Is that the TV? Or is that the living room? Oh, it ends. Okay, let's take care of everything. Okay, let's take care of everything. Let's take care of everything. Oh, God. What are you talking about? What do you have to do with your channel? gesendet, ey. Und überall sind Schlösser noch davor. So, okay. Das ist das Schlafzimmer. Und hier haben wir wahrscheinlich das Bad oder die Küche. Das ist das Esszimmer. Und hier ist wunderschön gekachelt das Bad. Eigentlich eine relativ modern, anmutende Toilette. Aber ich sag mal, die Fliesenarbeit die ist bueno, alter. Die ist das Masterclass, alter. Da kannst du nicht meckern. Kannst du nicht meckern. Das ist richtig krass. Ja, das ist halt einfach der Hammer. Türen sind nur einfach mal einen halben Meter dick. Cool. Schön. Gefällt mir. Tolle Wohnung. So, okay. Peter, hast du dir eine gute Hütte geholt? Wunderbar. Haben wir hier was? I shouldn't probably hurry up with the boxes. I can grab something to drink later. Okay. So, na gut. So, rennen ist leider nicht. So. Was must be go to the kitchen. Okay. Ah, das ist ja mein florierendes neues Unternehmen. So, packe da hin. Weiter geht's. Leichter Job für mich. Hm, okay. This one doesn't say where the place. Maybe I should open it. Okay, dann open it. Is that blood on the knife? Krüche. Ganz klar. The betrayal of a friend, Partmon. I never should have told my best friend about my wife. It was a moment of carelessness. I slipped off her tongue. But what did it matter? He was just another person in my life who didn't understand me. Who couldn't comprehend the power that I held. When I asked where she was, I casually replied that she was buried. She laughed it off, not realized that I was dead serious, but I knew I couldn't take any chances. I excused myself to go to the bedroom, but instead, I went to the kitchen and found a sharp knife. It was easy enough to sneak up behind him and pluck it into his bag. He let out a pathetic gasp before crumbling to the floor. I felt nothing as watched him bleed out. He was just another obstacle that I had to remove. Another person who didn't belong in my world. Das ist aber, die sollten wir mal ganz schnell wieder zukleben, die Box. So, dann würde ich mal sagen, also entweder Küche, weil da hat er ein Messer her. So, dann, bitteschön. I think I will just leave this here. Was sind denn das für Schritte? Was waren denn das für Schritte? So, was hat er jetzt geschrieben? Kannst du nicht hier lassen, oder was? I think I will just leave this here. Okay. Also, guck mal sein, was passt da vielleicht. So, wie sieht's mit... Oh, ganz schön viele Boxen. Scheiße. So, okay. Baby's bedroom. Gruselige bedroom. Bleibt hier. Bumm. Ausänder. So, was haben wir denn hier noch? Okay. Das muss in den Essensraum. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt wirklich schön aufstapeln sollte. Und das ist Baby's Bedroom. Das war schon immer ein Traum, ein Umzugsunternehmen zu haben. Gutes Geld zu verdienen mit ehrlicher, harter Arbeit. Must go to the bedroom. Wo war denn der jetzt nochmal? Aber diese Arbeitszeiten, die gehen ja nicht. Also, jetzt hier mitten in der Nacht irgendwie, weil er jetzt irgendwie weg ist. Und muss go to the kitchen. It must go to the kitchen. Na, da, da. So, vielleicht wird's auch mal Zeit für Angestellte. Damit ich das hier nicht immer alleine machen muss. Must go to the bedroom. So. Schön ineinander stellt, wie es sich gehört. Ah, bitte nicht. Ein Ring. There's a journal inside and wedding rings. The end of a marriage. I couldn't believe it when he threatened to leave me. After all I've done for her. She had the other city to suggest that we separate because of a silly little dog. It's not like I did anything that bad. Sure, I killed it. But it was barking too loud. And it was really starting to piss me off. And it's not like I haven't killed small animals before. Piggers, rats. What's the difference? But she couldn't handle it this time. She caught me in the act holding the dog ear in my hand like some sort of trophy. That's when she treed to divorce me. The death of a marriage. I couldn't let her leave me. I had to make her understand that I was in control. Now, whenever I look at that ring, I remember how powerful I am. So, I think that Peter on jeden Fall a nice thing to happen. I would just like this one here. In the sleep room. What is there now with the light going on? What is there now with the light going on, friends? Has Peter the Stromrechnung not paid? That's not so good. Okay. So, 5 Kartons noch. Und the bathroom. Oh. Jetzt mal was in the schön. Hier fließt der Badezimmer. Ohne Waschbecken. Ohne nichts. Nur mit Klo. Wunderbar. Schön. Ein Traum wird wahr. So, dann mal hier oben. Und nochmal. Badezimmer. Okay. Oh, so wirklich echt so braune Tiefel, die Decken, Leute. So, das macht man auch nicht. So, das Ausräumen kann dann, kann Peter alleine machen. So, Dining Room. Das ist tatsächlich auch eh ein Job, wo ich mich irgendeine beeilen würde mit Ferti werden, weil das ist tatsächlich. So, Living Room. Das ist jetzt nicht so ganz meins hier. Die Ecke. Ja, dieser Auftrag. Der Typ ist mir irgendwie unheimlich. Ich sollte open it. Aha, eine Brille. The Snoop, Part 1. I was sure I had covered my tracks, but her sister were getting suspicious. One of them came to speak to me in person, sensing that something was not right. Jeez. Keep praying and ask me too many questions, so I had to take action. I couldn't risk her snooping around, so I had to think fast. I tried to convince her that my wife was away on the trip and wouldn't be back anytime soon. But she wasn't buying it. She started getting too close, asking too many questions. In a moment of frustration, I grabbed heavy objects and struck her over the head. Her glasses flew off her head. She scrambled to the floor, groaning in pain. Groaning in pain? She layed there, gasping for air. Grasping at her throat. I couldn't feel her struggling beneath me, as I screeched the life out of her. That was a small victory. Keine Ahnung, wo diese Box jetzt bitte hin soll. Eigentlich Flur, oder? Ich weiß nicht, hier? Ich denke, ich werde das hier einfach verlassen. So, dann wäre ich jetzt fertig. Ich würde gehen wollen. Wenn es okay wäre. Ich würde gehen. Ich bin wirklich faszinierend. Ich sollte nicht gehen... Nein, nein, trink nicht noch was. Nein, je einfach. Steve, geh! Just leave! So, ich habe jetzt nicht gelesen, was da stand irgendwie, weil ich habe es quietschen an. Ich dachte mir, oh je, alle, alle... Nein. Nein. Nein, ich möchte nicht öffnen. Ist das real? Fuck, es schmeckt horrible. The Vanishing Act. Point 1. Es war nur ein Zeitpunkt, bevor jemand realisiert, dass meine Frau und ihre Frau waren missing. Ich weiß nicht, dass meine Frau und meine Frau, die ich spürt hatte, war zuerst. Ich habe mich ausgesprochen und ging zur Polizei. Ich wusste, dass ich zuerst acte. Ich packte meine Brüder und lege die Stadt. Aber ich wusste, dass es nicht genug ist. Die Detektoren würden kommen, nach mir zu schauen, zu fragen, dass ich nicht answerte. So I came up with a plan. I knew that I couldn't just despair and hope for the best. I had to make it seem like it too was a victim. That I had vanishing alongside my wife and her sister. It was a risky move, but I was confident that it would work. I began bestanging a break in at our home. I smashed the window and ransacked the place, making a look like someone had broken in and take us all. I left a few items and clothing behind, along with some other person touches, to make it seem more convincing. Then disappeared, however, to ensure that no one gets too close to me. I started learning how to spike drinks with drugs. Drinks with drugs. Das. Wir hätten gehen können. Wir hätten gehen können. Lass da die Scheißbox einfach jetzt hier stehen. Was ist das für ein Quatsch jetzt hier? Was ist das für ein Blödsinn? Leute! Okay, also entweder knallen jetzt die Drogen und wie die in dem Getränk drin waren, was wir jetzt noch unbedingt trinken mussten. Scheiße. Und es ist ja duster wie Hulle, ey. Shit, the lights are out. I hope my phone... My phone battery doesn't die. They can't leave. Was? What? What? Ist denn... Was ist denn hier los, Alter? Leute, kurzer Tipp. Also grundsätzlich ist gegen Möbelsicherung nichts zu sagen. Ja, so einen großen Kleiderschrank irgendwie an die Wand anzuschrauben. Oben, damit er nicht kippt. Top. Top. So nicht. Also so einfach nicht. Toilette. Toilette. Ah, das ist Grossman, der Comic von uns, Alter. Und der Tür öffnet. Ja, nee, mach mal nicht. Guck mal da nicht rein. Warum ist denn alles an der Decke, ey? So, ein Kinderzimmer, oder wird? Scheibenkleister. Oh, ist aber unangenehm jetzt. Wirklich unangenehm, das Spiel. Also wir sind am Arsch, machen wir uns das vor irgendwie. Wir liegen doch schon hier fest, hält und nackig irgendwo rum. Und der ist da bei uns, die Nieren rauszuschnellen. Oh, wir haben uns abgeknallt. Peter hat uns abgeknallt. Hm. Ja, kurzes, kurzes Witzspiel. Leute, falls ihr euch gefallen habt, dann lasst mich da bitte in den Kommentaren wissen. Vielleicht lasst ihr auch einfach ein Abo auf dem Kanal da. Würde uns auf jeden Fall wieder sehr, 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 sehr freuen. Ja, ansonsten sehen wir uns dann zur nächsten Umschlussparty wieder. Und denkt dran, guckt nicht in die Kisten. Auch wenn ihr euch immer fragt, Was ist in der Box? Was ist in der Box? Was ist in der Box?